Ich mein, hallo? Was soll der Scheiß? Macht der eiskalt voll Scheiße mit diesem Feuertrank? Geht mir gar nicht, aber hier hab ich einen Montag. Hui! So, wir laden Schlag auf. Jetzt kommt. Battle. Ich wusste es. Ha! Ha! Hast du nun davon? Jelly Belly. Au! Ha! Ich geb dich fest. Aaaaaaah! Aua! Aua! Hört auf mich zu schlagen! Das tut weh! Das wär ich noch gerade so still, wenn ich den Tag nehmen wollte. Oh, das ist genial. Diese Kristalle war toll, Respekt. Und ich mach fehl den Kristall auch noch. Ich bin's. Beste. War ich für mich einfach ein bisschen geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Red... ...Biss... ...Crystal! Oh mein Gott! Red... ...Biss... ...Crystal! Oh mein Gott! 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 Stopp! Nein! Aus! Böse! Stachel! oh mein Gott! what the fuck? fuck! fuck! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh Ich drehe voll! Oh nein! Eeeh, auh, eeeh, auh, eeeh, auh, eeeh Boom! Ne, so machst du nicht Boom! Au, wenn ich sage Boom! Nein, ich bin hinter der Bombe! Bombe, mein Freund, du kannst mich nicht treffen! Siehst du? Du scheiße! Scheiße, ich bin auch scheiße, weil ich mich... Au! Treffe! So, stirb! Okay, was bringen eigentlich die Bomben? Eigentlich gar nichts, ne? Oh! Au! Yeeeh! Meinst du, ich gehe dich voll krass in die... Nein, geh weg, Stacheln! Ich muss mich noch ein bisschen wieder Aua an die Steuern gewöhnen! Ich brenne! Ich brenne! Au! Lass das, das nicht... Witzig! Pah! Die Witzig sagt Versager! Stacheln! Aus! Nein! Nein! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! 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 Scheiße! Das ist sicher! Kommt einfach mal zum 5000 Schleim um die Ecke! Ich meine, ja, natürlich! Aber, na, scheiß auf! Was willst du, hm? Was willst du machen, hm? Was willst du machen? Was willst du machen? Vollidiot, stellt sich sogar genau vor mir, statt dass er weckere. Komm jetzt wieder, Schleim. Kuh! Die Witzelie sagt, du bist tot! Kuh! Idiot! Yeah! Boom, boom. Okay, okay, okay. Ah, wir sind fertig, aber da hinten ist dann bestimmt so Bonus. Ah, ja. Bonus, oder? Ich liebe euch. Ich liebe euch alle. Gebt mir Cash! Komm schon! Oh yeah, Baby! Ich liebe Cash! So, jetzt dürfen wir mal ein bisschen... Ein bisschen speedy speedy. Und dann sind wir schon fertig. Next round started! Jetzt! Wir haben gewonnen! Okay, okay. Das ist unheimlich, es ist pink. Es ist PINK! Das ist unheimlich. Und wisst ihr wieso? Also... Weil... PINK! DARK! IST! AAAAAAAA! Oh man! So sinnvoll wie Dark! Ich schwör! Ich hab' hier tän' den ganzen Spendern! Oh man! Wenn du so unheimlich sein wirst, dann zeig mir woran ich es erkennen kann! Oh mein Gott! Ich weiß wieso! Ich weiß wieso. Ich weiß genau wieso. Weil ich darf hier voll krass Bosschleim bilden. Pass auf. Jetzt. Fusion. Ha! Wir haben Fusionschleim in Bitches. Sie sind wieder da. Ja, aber der ist noch nicht bigbosslike. Der muss noch ein bisschen größer werden. Deswegen komm. Komm. Ich lade mein Schmerz nicht auf aber gott zwei in der wette das ist noch nicht bozeln 9 nicht mich schlagen stopp funktioniert ich noch mal bitte einmal sie sind aber ich kenne es ab zu sehen wie dich mal so nicht zu tun zu ziel 8 ist gut so schlimm dann eben du komm noch mal zu sehen und hat das ist ein bochschleim zucker größer wird er nicht mehr und mit gürteln das ist Big Boss nein, er rusht er tut es er comes to my life fuckers ich will nicht oh mein Gott ich hab die Schleime befreit das war ein großer Fehler man merkt, das ist ein Big Boss weil, schaut mal, wie viel der aushält und dann auch noch voll krass im Move nein, noch so Big Boss oh mein Gott voll krass, Big Boss, Alter meinten, du bist der Boss, hm? ich zeig dir, wer Boss ist ich bin der Boss, hm? komm her ich schaube keine Angst ich bin Boss, ja, hm? ja, du schaust dir blöd, hm? kleine fucker ja, hm? was willst du? was willst du da drin? au, ok, ich verstehe schon ja, ok, ich hab's verstanden, was du willst fick dich oh mein Gott, hier spät alle gehörten von der Stern oh mein Gott, na ist das tut so weh ich muss einmal das und das und natürlich auch noch das und jetzt komm ich lass mich mal da vorbei bei diesem verkrassen Ficker scheiß Gila ich fick deine Mama scheiß Gila fick dich scheiß fick der Gila schmetterling ich geb dich aufs Maul einfach mal fu, krass hier die Tastis oh mein Gott da ist der Boss da ist der Boss da ist der Boss der Fehler Boss no du triffst mich nicht du triffst mich nicht du bist scheiße so scheiß so scheiße bist du wieso 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 kommt unheimliche Musik wenn du ein paar ich verstehe nicht aber ok hier sind noch Feuerkudel oh mein Gott es ist ein kleiner Big Boss deswegen gleich mal hier betäubern dann einmal Piu Piu dann einmal Auslalom und dann Au und dann nochmal und nochmal und nochmal und Gute Nacht das war mal mega viele Bosse Alter seht ihr mal wie geil solche Schleime sein können so Fusionsschleime die sind schon ich liebe sie bringt es eigentlich was die Fusionsschleime fusionieren zu lassen zu einem Big Boss oder bringt es mehr wenn man sie einfach kippt wenn sie klein sind würde mich auch mal interessieren ob das überhaupt was bringt wieso glaubst du kein Geld und das ist so fütig, klein Tränke vor allem so viele Schocktränke so viel kann ich gar nicht tragen okay ihr seht ihr wie der Volk das Schleime so könnte jetzt da na aber ja fusioniert euch hier wollt doch alle Boss werden oder du wirst doch Boss werden Oh nein, ein Dark Crystal, der lila ist, das ist mal wieder voll kacke, weil Dark und nicht Dark ist, weißt du. Aber gar weg, was? Miau! 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 Was willst du? Ha, ich hab Range angegriffen, du nicht! Nein! Was? Ach scheiße, das war nicht geplant. Aber okay, dann schlaf mal und hier ein bisschen Elektroschock. Nein, lass den Scheiß! Nein, ich hab schon wieder die Pille-Eier genommen, verdammt! Verdammte Axt! Geh, hier! Und nimm den auch noch! Und das! Ha, was sagst du dazu? Ha, hast gar keine Chance! Dimitri hat's nicht! Ha! Das ist Big Boss! Hm? Keine Chance! Okay, hier ist noch so Mini-Schleim, aber dann nehm ich jetzt mal Fuglas mit, weil ich werd da da vorne kommen, dann noch mal welche. Kommst du, Biosco? Nein! Du willst mich doch nicht älter verletzen! Oder? Oh mein goodness, es wird ein Big Boss! Komm her! Schlebi! Komm her zu mir! Mein kleines Schleim frei! Goodness! FUSION! FUSION! Oh mein Gott! Jetzt bin ich Big Boss und voll zauber auf dich! Nein! Genau! Ich liebe dich so! Du kannst doch... Au! Au! Nein! Tu das nicht! Das tut doch weh! Nein! Tu! Das! Nicht! Dimitri kennt seine Tricks! Nein! Geh weg! Dimitri weiß, was du kannst! Dimitri zeigen dich hier so Fuglas in die Face! Und dann... Bah! Nein! Au! Dimitri hassen dich! Nein! Diesmal nicht! Dimitri kennen deinen Trick! Nein! Dimitri kennen deinen Trick! Ich sage nicht noch mal! Ich kenne dich! So! Deine Mama! Tschüss! So! Vernichtet! Eiskalt! In your Face! Okay! W-w-w-w- Was ist hier? Was willst du? Hä? Was wollt ihr? Wieso fusioniert ihr nicht einfach alle? Wieso seid ihr schwarzen Schleim einfach so scheiße, dass sie die Fickleine... Oh scheiße! Ich brenne hier alles weg! Verdammt! Tja! Ich habe Schild! Da kannst du mich nicht brennen! Ja! Mann! Was willst du? Was? Was? Werd erstmal zum Boss Schleim, dann reden wir weiter! Bitch! Ich werde dich nicht akzeptieren, solange du kein Boss bist! Und hier muss irgendwo Schalter sein! Ich bete auf meine kleine geile feuchte Puss! Lass mich! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Die weiße Schleim! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn lieber als mich! Los, tu es! Oh mein godles! Verdammt! Oh ja, Ich liebe diese Schild! BÄM! Voll aus und einiges flasht und jetzt schiebe ich ihn zum Schleim! Na komm, du willst doch bestimmt spielen mit mir, oder? Ja, das willst du. Du stehst doch auf meinen geilen, kleinen, behaarten Arsch! Na komm, nimm mich. Nimm mich hart. Aber nicht so hart. Nur mitkommen. Na komm. Na komm. Du willst mich doch auf. Ich weiß es. Welche Schatten. Das ist schlecht. Ich habe keine Schattenwaffe. Ich glaube, ich sollte mir Schattenwaffe holen. Was? Wir sind am Ende? Ich darf dich killen? Oh. Tut mir echt leid für dich, Kumpel, aber... Du musst nun leider sterben. Kuh, David zu dir hat Schild. Verstehst du? Kuh, das war Meisterleistung. Und wir sind schon durch. Das war's. Geil. Damit könnten wir vielleicht auch Cache fahren. Ist gar nicht mal so schwer. Es waren jetzt zwei Dungeons und ziemlich viele Bossschleime. Mal schauen, wie viel Cache das gemacht hat. Und erklärt mir mal bitte einer, wie das mit diesen Scheiß-Pets-Leveln-Fucker geht. Eug 겁 collab, aber du musst sogar pressed in dich mit dem Schattenwaffe juice auf. Ich hab nicht davon keine Ahnung. und blödübl denkげbl blödäblä blödda bal Έze Status ETF 1 Einfriere. Wenn du eingefriert, kannst du dich nicht mehr bewegen. WIRCTLY hätte ich jetz nicht gewusst. Ich hätte gedacht, wenn du einfrierst, kannst du sofort geil movement und dann slow-motion und vielleicht noch somач cyberdänzen. Vielen Dank.